nein ausländerbehörde schönen guten tag guten tag mein name ist mohammad guten tag wie kann ich ihnen helfen ich hätte gerne einen termin da mein aufenthalts titel abgelaufen ist ein klein moment bitte also ich könnte ihnen nächste woche anbieten und zwar den 6 november um 8 uhr es ihnen passen ja das passt ganz gut super dann bringen sie bitte ihre unterlagen mit welche unterlagen benötigen sie dafür also wir benötigen folgendes aktuellen ausweis ein biometrisches foto und einen gültigen pass alles klar danke schön schönen tag wünsche ich ihnen noch ebenso ciao